So, und da bin ich wieder. Ich habe glücklicherweise einen Server gefunden, bei dem nicht alles gecrasht ist. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, bei dem Boot hier zu spawnen. Aber ich probiere mal mein Glück. Es scheint wohl nicht hier hoch zu gehen. Vielleicht hier hoch? Nein, die Spelmechanik will nicht, dass ich hier hochgehe. Oh je, warum kann ich hier nicht hoch? Wird mir nichts anderes übrig, aber nice von dem Teammate, dass ich einfach mitgenommen werde. Ja, und das war's dann mit mir. Oh, ich habe schon 500 und C30 Punkte. Allein dadurch, dass ich Fahrzeuge beschädigt habe. Nett. Äh, yo. Jo, und da ist mein Squad-Mate auch mit dabei. Ich würde ja gerne schießen, aber ich darf ja nicht. Achtung, wir haben Einsatzziel Echo verloren. Der lockt uns immer. Oh, Scheiße. Na, klasse. Desaver. Oh, das hat mein Teammate miterwischt. Einsatzziel Alpha ist neutralisiert worden. Verdammt, ich wollte doch mal ein Laser-Side wegmachen. Da ist mein Laser auch weg. Das heißt, ich bin schlechter zu sehen, denn die Motion-Sensors wollte ich eigentlich auch noch haben. Anscheinend ist nördlich der Opposition feindlicher Helikopter. Das tut so gut. Ich habe ein Hauptziel markiert. Neutralisiert den Helikopter. Fuck. Das kann nun angelehnt werden. Ein Hauptziel Alpha ist verloren. Irgendwas habe ich freigeschaltet. Ich habe ein feindliches Boot genau nördlich deiner aktuellen Position gesichtet. Mein Fusszeit muss repariert werden. Gut, dass der mich nicht gesehen hat. Aus. Au. 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 Oh! Keine Muni mehr. Wie kann der mich da unten getroffen haben, bitte? Das müsste meines Wissens eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit sein. Wir spielen jetzt mal King of the Hill. Nein, alles kurz. Das ist dann immer recht unangenehm. Ich habe den C-4 geschlossen. Opa, Ganda muss da hin. Einsatzziel Bravo ist verloren. Scheißegal, das Scheißteil ist da weg. Egal, dass ich mir deswegen Selbstmord begangen habe. Okay. Kommandant, da war es getroppt. Hä? Ich habe echt null Chancen. Man muss echt unglaublich aufpassen, wo man spawnt. Das ist noch viel schlimmer als in Battlefield 3. Äh, das ist irgendwie so ein Selbstmordpunkt. Oh, Gunboat. Ich habe auch mal wieder der Bullet-Tropped. Ich habe ein Flugzeug. Südlich von mir scheint ein feindliches Boot zu sein. Hat er jemand den repariert? Oh ne, der ist auch disabled. Fahrzeugzustand immer noch 56, das ist krass. Ich hoffe, ich komme in die ZLV rein. Kommt viel zu spät an. Ich habe noch gar keine zweite Bastard. Fahne die ZLV rein. Fahne die ZLV rein. Fahne die ZLV rein. Fahrzeugmobilitätskill. Und der kann sein Boot jetzt vergessen. Aber ich komme ums Verrecken nicht weiter. Und ich vergesse jedes Mal meine Sachen wieder umzustellen. Was ist das? Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Es ist ein Problem. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. leben das wäre zu schön gewesen wir haben gerade die kontrolle für einsatz ziel eko ist verloren Oh je. Feindliche Drohne gesichtet. Na, das war nicht klar. Hä, 25 mm? Das sind doch die Dicken. Warum hat sich das so angehört, als hätte er mit den Kleinen geschossen? Ne, dazu spawnen wir ja aus Selbstmord. Oh, 100 ZFW. Dann gehen wir mal wieder in einem Team, das gerade am verlieren ist. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziele Echo übernommen. Westlich von mir ist eine feindliche Flugaffäre im Einsatz. Die Pfund für Schützen. Wir haben euch gerade ein Spezialisierungsupgrade verdient. Wir haben Einsatz C-Delta neutralisiert. Ist doch. Ich habe die Dicken直升機. Einsatz C-Delta ist jetzt unter unserer Kontrolle. An alle Soldaten. A-C-A-Larbe markiert und identifiziert. Angreifen und neutralisiert. Ja, da habe ich mal so ein schönes dickes Ding erwischt. Ich habe die Dicken. zu viele was der beste in meinem team hat 19 wollte mich verarschen die man ja gar keine kills wachchen liegen schweizel achtung einsatz ziel delta wurde und war realisiert wir kontrollieren jetzt einsatz ziel delta ende du scheiß teil wir haben einsatz ziel einfach verloren zu irgendwo lieferung wurde gerade abgeworfen wo soll man sich hier ein gescheites gefecht mit so einem mit so einem wellengang liefern und und Falt in! Festlich, deine aktuellen Position ist ein Feindlich-Handy-Kopter. Einsatzziel Echorone, gerade neutralisiert. Wir haben die Kontrolle übereinsat, ziehen Echor. Ich habe eine Schmutzung. Ich habe eine Schmutzung. Festlich, deine Stellung ist ein Feindliches Boot. Die G-Kopter, die G-Kopter! Ich muss schrecklich abzufahren. Was, nur 2%? Nein, Trish. Das war die Schmutzung. Wir haben eine Schmutzung. Wir fangen an den Flugzeug. Wir fangen auch an den Flugzeug. Das ist ein Feindliches Boot. Die Beobachtung! Die Beobachtung ist für dich! Woh! Wir haben Einsatzbeziel Charlie verloren. Da ist ein feindlicher Helikopter, westlich deiner Position. Einsatzbeziel Bravo ist jetzt unter uns unter Kontrolle. Einsatzbeziel Delta wurde gerade neutralisiert. Da ist ein feindlicher Helikopter, westlich von dir. Dein Zinn wurde verstärkt. Ich fahre die D-Gün-Zehung-Güse. Ich kann die D-Gün-Zehung-Güse. Ich kann die D-Gün-Zehung-Güse. Südlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher Helikopter. Ich fahre die D-Gün-Zehung-Güse. Sie haben gerade die Kontrolle in der Hände. Sie sind die D-Gün-Zehung-Güse. Ich fahre die D-Gün-Zehung-Güse. Ich fahre die D-Gün-Zehung-Güse. Ich fahre die D-Gün-Zehung. Vielen Dank.